Jetzt haben wir noch einen Geschenktipp für Sie fürs Weihnachtsfest. Ein Buch nämlich. Und falls Sie jetzt denken, dass das ja nicht so besonders originell ist, dann nur, weil Sie diese Bücher eines polnischen Ehepaares noch nicht kennen. Edward Ley und seine Frau sind echte Bücherfreaks. Das hat aber nicht nur mit Lesen zu tun, sondern mit der Idee, das Buch als Kunstobjekt. Sie verzieren Bücher jedes ein Unikat in ihrem Laden in Warschau. Mark Twain im Rahmen zum Hinhängen. Das Buch aus Papier ist auf dem Rückzug, deswegen wollten wir einen anderen Platz für das Buch finden. Einen Platz, der bisher zum Beispiel für die Malerei reserviert ist. Wir haben uns also diese Form ausgedacht, das Buch an der Wand zu exponieren, wie ein Bild. Dieses Buch ist etwas ganz Spezielles. 17,5 Meter Lesestoff. Weit weg von Warschau im hohen Norden Polens in Koschalin ist die wirklich außergewöhnliche Manufaktur mit 10 Angestellten. Wie aus der Zeit gefallen, in Zeiten von E-Book und Hörbuch. Die erste Phase ist das Nähen der Bücher. Wir nähen sie von Hand, dann halten sie besser zusammen. Die Bücher sind ökofreundlich, ohne irgendwelches Plastik, stattdessen zum Beispiel Samt- oder Plattgold. Ihre ersten Exemplare haben sie vor 20 Jahren verkauft, für umgerechnet 30 Euro. Heute kosten manche mehr als 5000 Euro. Das Spielen mit der Form des Buches ist nicht neu. Im Mittelalter schon gab es Bücher in Herzform, wie dieses Buch von uns. In der Vergangenheit waren manche Gebetsbücher in Herzform. Wir haben so Weihnachtslieder herausgegeben. Shakespeare und Co., manche Ausgaben sind bis zu 300 Jahre alt, aber jetzt schön wie nie. Keine Kunstbücher, sondern Bücher als Kunst. Fehlt uns noch der Blick aufs Wetter. Im Westen Regen im Osten abseits einzelner Nebelfelder. Freundlich im Westen und auf den Bergen starker Wind in den Alpen Föhnsturm. Höchsttemperatur zwischen 7 und 18 Grad. Und damit sind wir raus. Die nächsten Nachrichten gibt es um 5 Uhr. Uns morgen wieder. Tschüss und machen Sie es gut heute in Europa. Untertitelung des ZDF, 2020